Papa Francesco Papa Francesco Ich habe das erste Mal im Leben einen Papst live gesehen und es war der Wahnsinn einfach. Ich habe ihn leider nicht verstehen können, weil wir kein Radio hatten, obwohl wir auf Deutsch oder auf Polnisch was hören konnten, aber es war der Wahnsinn. Finalmente ci incontriamo. Also ich fand es faszinierend, wie er das findet, dass die Jugend so viel zu sagen hat, aber auch, dass ganz viele Leute einfach faul sind. Und es stimmt alles, also er hat bei allem Recht, was er sagt. Dass wir alle eine Gemeinschaft sind und dass der Papst auch gerade die jungen Leute aufruft, in ihrem Leben Jesus Christus zu finden. Viva el Papa! Viva el Papa! Ich dachte, er lacht ein bisschen mehr. Er hat sehr viel aus ihrer Märzigkeit gesagt. Das ist so ein Begriff, der einfach jetzt einen so mitträgt. Hast du denn jetzt verstanden den Begriff? Wie würdest du ihn beschreiben? Ich finde, es hat sehr viel mit Mitfühlen zu tun, mit einfach helfen und Dasein fahren. Und du hast einen Begriff, der auch den Begriff, der auch den Begriff. Untertitelung des ZDF, 2020